Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Master Builders. Es hat gerade angefangen, wir müssen Soda bauen. Es ist eine relativ gute Frage, wie soll man Soda bauen? Hm. Dabei im Hintergrund ein bisschen schöne Musik. Ich kann dafür leider gerade nichts machen. Äh, weil Party im Hintergrund ist, bei meinem Nachbarn. Muss ich mal gucken, ob es überhaupt auffällt. Also, das Problem ist ja bei Soda, ist, kann so eine Dose sein oder so, blubla, blabla. Kommt umrüber. Ich kann auch eine Cola-Dose. Ja. Ich könnte mich nicht mal in Ruhe lassen, mal anschreiben. Weil Soda, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich Google so... Ah, Soda steht eigentlich für das Soda-Wasser mit dem Blubablasen. Ach, hey. Also, äh, was ich auch noch sagen wollte, es tut mir leid, es kann sein, dass das eine, äh, Public Commando Video in manchen Ländern gesperrt ist. Weil das mit den Copyright-Rechten, habe ich gerade Welt oder Land gesagt, in diesem Land nicht, äh, geklärt wurde oder zufriedenstellend übereinstimmend ist. Ich glaube, das ist eine Folge Republic Commando und eine Folge... Ähm, wir bauen ein Dorf. Bin mir gerade nicht sicher. Denn ich kann mir nicht gut Sachen merken. Oh, wir sehen mal, wie kommst du denn da auf? Ich habe nämlich so... Ich würde das gerne einbinden, aber das ist irgendwie... Ich würde das gerne einbinden, aber das ist irgendwie... Oh, wir sehen mal, wie kommst du denn da auf? Und was man eigentlich diese dummen Wächtertypen... da oben. Ah, ich habe gedacht, wenn man zu Ende da draußen die Volkslieder habe ich extra abgewartet. Ach so, das hier wird jetzt diese Soda-Flasche. Ich weiß nicht, wie kommt es nur darauf, dass das Soda sein soll. Ja, weil man muss ja auch immer sagen, jeder sieht so oder anders. Hä? Das check ich jetzt nicht. Okay, ist okay. Kann mir wenigstens zuschlafen. Oh, ist ja meins. Ich finde eigentlich, dass das gut gelungen ist. Es ist halt ein Deckel drauf gekommen. Kräppier. Kräppier. ist hier ein Loch? Ja, das ist ein Loch. Das ist wieder das Problem, jeder sitzt oder anders. Das heißt, immer nur dieser selbe Typ verschreibt. Okay. Sauber. Ah, ja, das fehlt. Ein Vulkan, sauber. Ich gleich schon mal mein Asser Bleeding. Hübscher, aber doch kein. Ich hoffe, ob das ein Vulkan ist. Ich muss sagen, jede Sola gefällt mir besser, außer meine eigene. Das ist gut. Sieht aus wie dieses Harry Potter Teil. Kennen Sie diese Gläser von denen? Du weißt? Hä? Ich bin nicht der schlechteste. Hallo? Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. 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 Ciao.